Wenn wir uns jetzt das Leben eines Menschen, eines Christen anschauen, von der Geburt über die Hochzeit bis zum Tod, wo tauchen denn die Kräuter in welcher Form auf? Also früher, als unsere Vorfahren noch keine Krankenversicherung gehabt haben, waren Heilkräuter und der Segen Gottes natürlich die wichtigsten Aspekte, um gesund zu bleiben. Und die zogen sich durchs ganze Leben. Von der Geburt an bis zur Bahre kennen wir Kräuterbräuche. Also man hat den Neugeborenen schon Marienkesselchen unter die Wiege gelegt, also spezielle Marienkräuter. Man hat dann den frisch vermehlten Salbei oder Basilikum irgendwie in Strumpf gesteckt, um für Kindersegen zu sorgen. Heute kennen wir noch bei den Hochzeiten, dass man sich so ein Rosmarin in Zweigchen ans Revier steckt. Früher haben sich die Frauen-Mürte-Grenze in die Haare gesteckt als Zeichen der Reinheit. Und auch bei der Beerdigung haben früher die Salbträger Rosmarin-Zweigchen gehabt oder man hat Kreuze aus Raute beispielsweise dem Verstorbenen mit ins Grab gelegt. Wo fängt denn da der Aberglaube an? Das ist so ein ganz schmaler Grat, kann ich mir vorstellen, oder? Also die Linie zwischen dem Aberglauben, zwischen Pflanzenmagie und der Volksfrömmigkeit, die sich mit Kräutern und dem Kräuterbrauchtum beschäftigt, ist natürlich oft sehr eng, aber trotzdem für unsere Begriffe sehr klar umrissen. Denn immer dann, wenn das Gebet nicht mehr im Mittelpunkt steht, sondern sozusagen die Pflanze, wenn der Segen nicht mehr von Gott kommt, sondern die magische Wurzel selber durch die Pflanze generiert wird, weil sie an einem bestimmten Tag gegraben wurde, also die Pflanze eine magische Wirkung hat, dann ist es Aberglaube. Ganz bekannt ist auch das Johanniskraut oder die Johanniskräuter als heiliges Kraut. Wo ist die Verbindung zum heiligen Johannes und welche Kräuter gibt es denn noch, die mit Heiligen in Verbindungen gebracht werden? Ja, das Johanniskraut ist sehr bekannt, weil es bei uns sehr häufig wächst und weil es vielfältige Einsatzmöglichkeiten hat, vor allem auch in der Medizin. Deswegen ist das Johanniskraut eigentlich ein recht populäres Kraut, das ist aber nicht wirksamer als andere Kräuter beispielsweise. Weil der Johannes Schutzpatron für Kopfleiden ist, weil er geköpft worden ist, wird das Johanniskraut auch häufig für Kopfleiden, also für Kopf oder ähnliche Dinge dann eingesetzt. Sie haben hier auch einen Heiligen direkt hinter sich. Was hat es mit dem auf sich? Er hat eine Lilie in der Hand. Ja, das ist der heilige Josef, die hat auch eine Pflanze in der Hand und das Jesuskind. Und eigentlich ist die Pflanze viel älter als das Jesuskind, denn die Geschichte beginnt schon bevor er eigentlich mit Maria zusammenkam. Denn damals, so sagt die alte Legende, als Maria beschlossen hat, im Alter von zwölf Jahren kinderlos zu bleiben und ihr Leben Gott zu weihen, traten die Männer um den Tisch und legten ihre Stäbe auf den Tisch und sie wollten die Entscheidung Gott überlassen, wer sie nun zur Frau nimmt. Und aus einem Stab sprost dann eine Lilieblüte hinvor und das war der Stab von Josef. Und heute gibt es auch noch eine ganze Menge von Josefs Pflanzen, beispielsweise das Bohnenkraut wird in manchen Gegenden als Josefle bezeichnet. Und auch die Schafsgarbe wird im Französischen als St. Josefs Kraus bezeichnet, weil sie blutstillend wirkt. Die Legende sagt, dass als Josef sich bei Handwerksarbeiten verletzt hat, dass ihm Jesus diese Pflanze gebracht habe und dann die Blutung sofort zum Stillen aufgehört hat. Und deswegen nennt man sie auch die Zimmermannspflanze. Jetzt befinden wir uns mitten im August im Kräutermonat. Warum den Kräutermonat jetzt, genau in dieser Jahreszeit? Ja, dafür gibt es eine legendarische Begründung, es gibt eine botanische Begründung. Die legendarische Begründung geht zurück auf die Legende Aurea, die goldene Legende, die eben besagt, dass bei der Auferstehung, bei der Himmelfahrt Mariens, dass ich da ein Wohlgeruch verbreitet habe, dass das leere Grab nach Rosen und nach Kräutern geduftet habe. Spätere Legenden berichten sogar, dass die Tücher, in denen der Leichnam eingebunden war, nach Rosen, nach Kräutern, nach Lilien geduftet haben. Und wenn man heute durch Kirchen durchläuft und sich in der Malerei diese Himmelfahrt Mariens anschaut, dann sieht man häufig so Rangwerk und Blumen und Rosen rund um das Grab. Die andere Erklärung ist natürlich, dass jetzt im August die Kräuter ihre höchste Konzentration von ätherischen Ölen haben und auch die Heilkraft von Kräutern ist jetzt im August am höchsten. Und deswegen macht es natürlich schon Sinn, diese zwei Dinge zu kombinieren und jetzt mitten im August dann die Segnung der Kräuter zu feiern. Übrigens, jetzt im Anschluss daran an Maria Himmelfahrt kommt der sogenannte Frauendreißiger. Und diese 30 Tage galten schon früher als wertvolle Tage, um Frauenkräuter zu sammeln. Vielfach wurde es sogar erst am Ende dieser Zeit, am kleinen Frauentag am 8. September oder am Marianamen am 12. September wurden erst die Kräuter geweiht. Und wie der Name schon sagt, das sind häufig Kräuter, die bei Frauen leiden, also bei Menstruationsbeschwerden oder bei Schwangerschaftsbeschwerden oder ähnlichem eingesetzt wurden. Jetzt haben wir hier in Augsburg, besser gesagt in den Stauden, eine ganz besondere Verbindung zu Kräutern oder einen Bezug zu Kräutern. Sie haben damit zu tun, erklären Sie es mir mal. Ja, die Kräuterregion Stauden ist eine tolle Sache. Es begann vor vielen Jahren damit, dass sich mehrere Frauen für Kräuter interessiert haben mit ganz unterschiedlichen Zugängen. Und sie gesagt haben, wir könnten doch da gemeinsam was für die Entwicklung unserer Region machen. Die Stauden sind eine kleine Region direkt hier im Westen von Augsburg und was die Frauen da in diesen Jahren geschaffen haben, ist wirklich eine Riesensache. Also es gibt mittlerweile einen Radlweg und einen Wanderweg und es gibt Führungen, ein Kräutercafé, am Maria Himmelfahrt immer das große Kräuterfest mit bis zu 1000 Besuchern. Also ich bin ganz begeistert, weil es eben auch ein Projekt ist, das nicht von oben kam und das nicht auf EU-Mittel und auf Subventionen gesetzt hat, sondern das aus dem Engagement und aus dem Interesse der Frauen hier entstanden ist. Also mein Tipp, wer mal Zeit hat, soll den Kräuterwanderweg bei Ziemetshausen machen. Der führt vorbei an interessanten Stationen, an der Wallfahrtskirche Maria Fest für Bild ist eine Tafel zu Marienkräutern. Und in Ziemetshausen selber, da gibt es den Kräuterwirt, den Adler, der hat einen eigenen Kräutergarten und mit den Kräutern kocht er auch in der Küche und da kann jeder dann mal was probieren.